Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Hallo zusammen. Schön, dass ihr den Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Papa und ich sind wieder zurück vom Europa-Park mit einem neuen Video für euch. Also, schaut es euch an. Viel Spaß dabei. Hallo zusammen. Schön, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Ja, was geht heute? Schaut euch das mal an. Feuerwehreinsatz wieder am Europa-Park. Aber das ist, glaube ich, die Ruster-Feuerwehr. Und die steht jetzt da. Jetzt gucken wir mal, was die da machen. Okay, jetzt fährt sie los. Alles klar. So, viel Spaß wünsche ich euch. Und alles Gute. Was ist jetzt? Seht ihr es? Ich gucke hier von der Seite. Das Tor geht wieder auf. Oh, Leute. Zum Glück ist es anscheinend nicht mehr lange, bis der Europa-Park aufmacht. Oh, guck mal an. Der riesengroße Kran. Okay, er fährt da raus. Das ist ja abartig. Okay. Wo fährt er denn hin? Wollen wir mal schauen? Kommt doch bitte mit, wenn ihr Lust habt. Okay. So. Haha. Das sieht ja mega aus. Das müsste dir mal eine Nahaufnahme sehen. Hier von mir aus. Das ist ein riesengroßes Teil. Okay. Der fährt hier um die Ecke. Passt dir da überhaupt durch? Schauen wir mal. Ja, aber gerade so, du. Aber gerade so. Okay. Ja, ich weiß nicht. Im Europa-Park. Ihr werdet es gleich noch sehen. Es gibt hier tausend Sachen, die im Moment laufen. Ah, da fährt er wieder rein. Das ist ja lustig. Ah. Darf ich filmen? Ah, danke. Und das Tor geht wieder zu. Ach, ja. Zum Glück geht es jetzt wirklich nicht mehr lang. So, jetzt passt mal auf. Ihr werdet es gleich sehen. Ganz vorsichtig müsst ihr gucken. Passt mal auf. Seht ihr es da oben? Da ist, da kommt der EP-Express. Der fährt heute auch. Das gibt es ja gar nicht. Passt mal auf. Aha, okay. Ah, ja, da. Wartet mal, wo filme ich jetzt hin? Unten am Eingang. Was mache ich denn jetzt? Achtung, da oben seht ihr es gleich. Ein kleiner Schwenken nach links. Seht ihr? Da kommt er. Auch der EP-Express-Pferd. Achtung, jetzt seht ihr ihn voller Pracht. Okay. Drei. Zwei. Eins. Jetzt müsste er nicht kommen. Da kommt er. Ach, der macht heute wahrscheinlich auch Probe- oder Testfahrten oder sonst was. Ja, also ihr seht, es passiert eine Menge im Park. Dann sage ich danke fürs Anschauen und bleibt bitte gesund und passt auf euch auf. Hoffentlich bald im Park. Martin. Martin. Und... Vielen Dank.